Och. Leichenhalle. Klingprobe mit Spuren von Kokain. Ach Mist, noch ein Schluck. Schlüssel zur Kriminaltechnik. Lass das. Halt. Steh. Oh, verflixt. Die Katze ist abgehauen. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Mist, das ist nicht gut. Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Oh nein, ich glaube, das waren sie doch. Verflucht. Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Verdammt, da kommt das Gas. Ja. Ich bin definitiv am sterben. Achtung, vergeht uns Gefahr. Oh, Gott sei Dank. Das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Oh nein, ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen und blockiert sie. Das Gas sammelt sich wieder im Raum und tötet mich wieder. Ich sterbe wohl doch. Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja, sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen. Ich muss... Spülgriff hat das. Da, da ist er. Ja, ich bin gerettet. Oh, verdammt. Die Tür ist abgeschlossen. Ich setze hier drin fest. Jemand muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Ich sterbe dieses Mal wirklich. Anstatt. Ich spüre, wie ich sterbe. Es ist quasi die Schmerzhaft. Hilfe! Wenn mich irgendjemand hört, bitte helft mir. Holt mich hier raus. Ich sterbe. Sterbe. Sekunde. Ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden. Ich habe den letzten Atemzuchen. Fuck it. Nein. 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 Achtung. Vergiss uns. Gefahr. Hm. 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 dann stellt das pause zeichen ich muss daher aber ich muss erst mal die tür aufkriegen verbrauchen müssen wir erst mal wieder hacken noch nicht nein ich habe noch gar nichts gemacht jetzt geht die tür auf ok das heißt wir müssen pause ganz schnell und wieder raus aufschließen aufmachen wir brauchen den vollen druck sandblaster wir brauchen dich der richtige für jeden job ja umweltkonkraminierung wurde verhindert gefahr neutralisiert gibt es sonst irgendwas nicht oder nix ich glaube die katsche ist tot brauchen wir hier unseren zucker so kriegt ein kerl beziehungsweise und zwar diabetes kerl skelettschlüssel das klingt so böse klingt so als geht hinter der tür echt krasse scheiße ja klingt es auch so ich mache mal kurz den speichern ich glaube nicht jetzt kurz vor schluss bin gleich wieder da so das sind wir auch wieder ähm tja spielen fortsetzen ähm ok das war doch nicht das find ich schön klingt so als geht hinter der tür echt krasse scheiße ab du solltest dir lieber ein paar vorräder am automaten holen bevor du da reingehst ok also das war schon ziemlich eindeutig falsch hier hinten das war schon sehr eindeutig so und den vernichtungsüberkipper war schon echt eindeutig 24 im inventar gucken wir jetzt nochmal kurz die artefakte durch ähm das schwächste ist das hier oben würde ich gerne dieses 80er rein tun und dann wäre das noch das wäre hier warte mal erhöht nur die macht auch nichts stärkeres mehr hierfür hierfür haben wir noch einiges ist irgendwie alles nicht so komm mach mal die 200 da einfach rein zack ender aus uh kaufen wir äh die marke machen wir noch wenn es geht äh kaufen wir davon noch ein paar äh ich stell noch ein paar her wir haben ja genug totias große gemenge gesundheit ist nicht gut ich kann davon aber auch nicht mehr herstellen oder gut jetzt haben wir 40 jetzt müsste es reichen und ja gehen wir jetzt durch doch ja ja schub nigorath schwarze ziege der wälder gesegnet seien wir deine treuen diener vernichter des lichts ja ja schub nigorath schwarze ziege mit den tausend jungen hol den mond vom himmel und lass die sonne erlöschen okay ab mit ihm nein äh äh na klar nur weil wir bullen afroamerikaner an eine ziegengöttin verfüttern sind wir gleich rassisten schub nigorath gehört zu den äußeren göttern und muss besänftigt werden ihre ankunft wurde vom großen hp lovecraft vorhergesagt aber wahrscheinlich war hp lovecraft auch ein rassist oh fuck war er echt äh wie rassistisch richtig übel jo da sind ja meine homies holt nicht raus diese nigger sind total cray cray schloss damit gut kids ihr wollt kämpfen na dann los okay es war doch nicht das zack oh man sie braucht unsere hilfe okay gebt ihr noch mehr oh verfickte scheiße au oh scheiße nein die übermutter kann weißes fleisch nicht ausstehen schub nigorath schub nigorath wo ist das viech in der schwarze ziege vorsicht zentakel die übermutter verlangt schwarzes fleisch füttere schub nigorath weißes fleisch füttere schub nigorath na und ich hab keine angst euer tod wird schub nigorath ergötzen au zeig keine schwäche ihr raudis habt keinen respekt vor dem gesetz mh das heißt ich muss eigentlich ich hab keinen rückstoß drin ich hab keinen rückstoß drin ich hab keinen rückstoß äh b stopp äh dann geh du da her ne da her und du die äh position wechsel ach ne du bist nicht der positions wechsler ähm die redner verprügeln ist ja noch irgendwie vertretbar aber ein ganzes polizei sind wir überfallen ist echt ne heftige nummer manchmal müssen superhelden das gesetz auch rumgehen ach ich mach dich nie mit unsterblichen viertklässlern an äh du kannst positionen tauschen genau zack ach ich weiß was ich tue traut den ungläubigen äh ja wir müssen Tweak wegkriegen wandern Tweak ja ja verschone deine Diener und geißle deine Feinde oh diese ätzende bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt hier kommt dein Tod mhm Angriff aus der Menschheit jetzt kriegst du es mit mir zu tun wie füttern wir die mit weißem fleisch ich mische sie jetzt auf ich habe gedacht wir schmeißen den vor aber die hat ihn ja nicht gefressen jetzt aus der Zuperdose hey lasst ihn in ruhe ah scheiße wir haben keinen rückstoß da und das ist richtig kacke so geht das es ist soweit mhm ja gut ulti das Ei ist nicht kaputt gegangen recht bewahren unschuldige schützen kann ich Schubnikovat angreifen? 999 ich denke nicht nein lasst mich meine Religion ausleben wir sind hier doch in Amerika wie füttern wir die mit weißem Fleisch kein Wunderarsch kein Wunderarsch wo bin ich hier rein geraten ich bin ja eher spirituell als religiös Tötet die Ketten diese Zeit soll zu sein heftig ich steh euch doch nicht immer dahin Chopardose aktivieren hmmm ich steh euch doch nicht immer dahin Jetzt schubst du Nikorath. Genau. Ah, jetzt da geht's. Jetzt kommt sie wieder raus. Das mag sie gar nicht. Ah, okay. Okay, wir müssen wieder, wir müssen wieder hier rüber. Ah, sie getroffen, bestätige Schaden. Hm. Ich verwirr'n wir erst mal wieder. Ich weiß, wir haben einen verloren, der... Dich, du mal jetzt... ...tauschen mit dem da. Zack, dann steht er nicht auch mit da. Fuck, 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 ich krieg meine zwei Leute nicht mehr raus. Ich krieg die echt nicht mehr raus. Fuck, 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 fuck. Äh. Ich krieg meine zwei Leute nicht raus. Wiederbelebung dann. Muss ich machen. Weil Schubnik grad echt abgeht. Äh. Mist. Bin down. Ich glaub, wir haben den Kampf verloren. Weil ich down bin, oder? Nein, haben wir nicht. Ist ja noch die zwei da. Ähm. Wiederbelebungstrank. Aber gibt's nicht hier. Irgendwo. Genau. Wiederbelebungstrank. Kaffee leer. Genau. Nein. Einfach nur damit es nicht hoch... Wobei es schmarrn wäre. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich wieder da hinten. Der schaut echt scheiße aus. Ich bin jetzt gefressen worden. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich wurde gefressen. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Ich stelle jetzt einfach das hin. Ja, dödöd. Dödöd. Zurück mit dir, woher du gekommen bist. Jetzt verwirrt es echt gut, eigentlich. Verwirren wir den noch. Ich glaube, ich lasse den mal als Geist. Und nach, nach, wenn jetzt Schubnikorad angegriffen hat, ich... Chill jetzt. Ich chill, ich chill, ich chill, ich chill. Ich warte. Wir haben genug Zeit. Der soll angreifen. Schubnikorad soll angreifen. Wir sind aus der Gefahrenzone draußen. Unser Polizeichef ist auch down. Da kommen zwei neue. Ins Spielfeld. Und wir haben wieder einen weißen vorne. Der ist auch verwirrt. Verwirren wir den wieder. Aktuell läuft es doch einigermaßen gut. Ach, ich lege jetzt da. Und er frisst wieder einen weißen rein. Nehmt wieder Schaden. Gott sei Dank. Ich glaube, jetzt habe ich langsam den Dreh raus. Jetzt habe ich langsam den Dreh raus. Auf den Boden! Ihr werdet gleich von der Ziege in den Arsch gefickt. Das ist doch keine Ziege! Okay, er ist dran. Führen Gefechtsprotokolle aus! Wir müssen uns porten. Gehen wir da hin. Und zwar mit dem. Her mit dir! Danke für Ihre Kooperation. Ist der nochmal dran? Wir gehen jetzt einfach da her. Und warten! Wir warten einfach. Wir warten einfach, bis das... Bis Schubnikorad angreift. Dann sind wieder die drei weg hier. Vier weg. Oh, mächtige Schubnikorad! Übermutter mit den tausend Jungen! Wir werden das Problem schon irgendwie lösen! Ach, du bist jetzt da! Bist du jetzt ein normaler Polizist? Schubnikorad, greif an! Genau. Geh weg! Ich weiß halt nicht, ob ich sie wiederbeleben soll, meine Jungs. Kommen da zwei neue, genau. Erst... Mysterion soll dann wieder einen verwirren. Der stößt ihn vor. Das Ding geht hoch. Ist jetzt schon mal gesaved. Weil ich Tupadose... Weil ich gerne auch... ...mich wiederbeleben würde. So, jetzt sind eh... Schubnikorad hat doch nichts zum Essen. Ähm... ...verwirren. Und wenn unsere Tupadose wieder dran... ...dran ist... ...machen wir einen Wiederbelebungstrank. Auf... ...dran ist... ...machen wir Tweek. Lieber einen mehr als... ...hätte das sicher auch gemacht! Zur Not opfern wir ihn. Ich bin dran! Ich bin dran! Jeder Belebungstrank. Ich bin dein Schatzelge mit dir aus! Damit ich auch wieder da bin. Ulti bereit. Ulti bringt mir nichts. Wir bleiben einfach stehen. Schubnigerat greift an. Okay, jetzt verwirren wir dich noch. Ein Polizist steht drin. Das heißt, sie nimmt jetzt Schaden. Nein, 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 kein Tupper-Mech-Upgrade. Überspringen. Überspringen. Du kommst nicht weg. Fest. Überspringen. Abgelaufen, ist kaputt, ist okay. Die frisst jetzt den. Nimm nochmal 2000 Schaden. 2500. Dreht jetzt wieder am Rad. Auf den Boden. Jetzt sind wir wieder vorne. Vorsicht, Tentakel. Mysterion ist gleich dran. Der hat ihn verwirrt. Wunderbar, Mysterion geht da hin. Weil ich nicht denke, dass Mysterion sterben kann. Zug beenden. Ist der dran. Diese Schurken sind bereit für den Tupper-Mech-Mark-3. Porten. Mit dir. Tauschen. War's für dich so geil wie für mich? Das Wetter schlägt um. Ich kriege ich nur dahin. Dann heil mal schnell hier. Dann heil mal kurz unseren Tupper-Mech. Danke. Der kommt nicht weg. Tut mir leid. Ich muss mich opfern. Furz-Lord muss geopfert werden. Ich komme nicht raus. Und Weak wird auch sterben. Ich komme nicht raus. Und bis der wieder dran ist, ist es wieder tot. Aber ist nicht schlimm. Weil die zwei jetzt da sind, dann musst du mal den verwirren. Heben und vielleicht das Spiel schauen, wollte ich gerade vorschlagen. Sehr schön. Spektoren berechnet. Angriffssequenz beginnt. Mh. Mh. Wiederbelebungstrank. Auf Krieg. Das wird dir helfen. Wiederbelebungstrank vielleicht ein bisschen craften sollen. Zuvor. Aber naja. Genau. Meine Sturmwinde soll dich bestrafen. Wenn ich jetzt da hin... Tut mir leid, Tweak. Wow. Das vergisst man nicht so schnell. Bye-bye, Arschloch. Necronomik. Sturmaufstieg. Level 10. Polizisten. Gemeistert. Meistert der Praktiker. Ding. Ach, die Leichen hinten aufzählen auf. Wir haben's geschafft. Wir haben's Scrabbles. Ja. 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 Scrabbles? Unfassbar, dass ihr kleinen Scheißer das wirklich geschafft habt. Danke. Endlich ist man in diesem Dreckskab wieder sicher. Gern geschehen. Wer bist du? Oh mein Gott, Leute. Wir haben 100 Mäuse als Startkapital für unser Franchise. Fuckin' Coon & Friends. Scheiße geil, Leute. Wir haben's geschafft. Das war richtig geil. 100 Dollar Belohnung. Wir kommen. Hey, Moment mal. Was soll das? Wo wollt ihr mit der Katze hin? Oh, ey, ja. Sorry, Freedom Pals. Es gibt gewisse Infos, die wir nicht mit euch teilen können. Ist geheim, wisst ihr? Wir wurden reingelegt. Ah, fuck. Wunderarsch hat uns getäuscht. Sich uns anzuschließen war nur eine Kriegslist. Was? Ja, Wunderarsch hat euch echt an der Nase rumgeführt. Sorry. Sie sind uns zum Revier gefolgt und wollen jetzt die 100 Dollar Belohnung für die vermisste Katze. Tja, im Krieg ist alle verlaubt, Freedom Pussis. Freedom Pussis. Ihr Wechser, wir haben den üblen Plan der Polizei durchkreuzt, also haben wir die Belohnung verdient. Ach ja? Dann nehmt ihr uns doch weg. Machen wir. Civil War 3, könnt ihr haben. Das war's, Neuer. Wir reißen dich in Stücke. Nein, Mysterion. Wir kämpfen nicht gegen Super Arsch, sondern die. Okay, Neuer, Zeit zu sterben. Schnappen wir uns das Schwein. Ich mach sie fertig. Call Girl ist auf unserer Seite. Ah, mein treuer Helm schützt mich vor deinen mentalen Kräften. Aber warum wurde mein Gehirn da nicht gehackt? Dr. Timothy kann nur eine gewisse Anzahl von Gehirnen gleichzeitig... Nope. Nein, Timmy. Erinnert mir nur noch, ist der Timmy der stärkste, nämlich. Wobei... Boah, 50! Schnappt ihn euch! Schnappt ihn euch! Schieker-Empact! Au! Jetzt hast du echt Schwierigkeiten! Rache war schon immer mein Ding. Das könnte brennen. Das nenne ich mal Kuhn-Gerechtigkeit. Hm. Schön, mit ihr zusammenzuarbeiten. ...haha, dass wir uns auf dem ... ...haha, dass wir uns auf dem... ...haha, dass wir uns aufhahaern,